Der erste Gegenstand ist also im Lichterwald. Zum Glück ist der nicht sonderlich weit weg, da kann ich gleich hinlaufen. Nope. Schon viel besser. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, äh, hi Ruben, äh, ich wusste gar nicht, dass ich euch hier im Wald spazieren gehst. Was machst du hier? AAAAAAAH! AAAAAAAH! Magischer Waldgegenstand rechts, nichts, links. Wenn du an mir vorbei möchtest, dann musst du meine Rätsel beantworten. Moment, man, man beantwortet doch keine Rätsel, man löst sie. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz. Ähm, der Baum da vorne? Wuuuuh! Richtig! Was ist zweimal zwei? Vier. Richtig! Wuuuuh! Was ist die 28. Stelle von Pi? Uff, die 28. Stelle von Pi? Äh, leider ist es zwei. Korrekt! Du darfst weiterschreiten! Meister, es läuft alles nach Plan. Wir werden bald schon die Gegenstände von Ruben erhalten. Er wird uns jede dieser Dinge besorgen, denn er weiß, was sonst mit ihm geschieht. Das sind exzellente Nachrichten, mein Freund. Wunderbar. Aha, was ist er dann wohl, der magische Waldgegenstand? Muhahaha! Was? Wenn du an mir, den König der Räste, vorbei möchtest, dann musst du meine Rätsel beantworten. Ich werde nie wieder ein Rätsel beantworten. So, der nächste Gegenstand ist in den Eisbergen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß.